entschuldigung wissen sie wo es mörder mystery gibt jetzt in der lobby und zwar von der schnee landschaft ich bin innocent so jetzt wird spannend der mörder könnte überall sein der mörder schlägt nämlich meistens zu wenn er mit jemandem alleine ist wenn ich gesellschaft von einer gruppe bin dann möchte er meistens da war da ist der bunte da das ist der mörder da da ist er ich habe ihn gesehen hat das schwert in der hand gehabt aber erst da bist du der mörder es liegt auch da ist dann mal ein eine figur und dann ist genau das der mörder ist das denn die möglichkeit der detektiv ist schon tot und ich auch weil ich da nicht rüber springen konnte wenn man nicht vom mörder getötet wird bringt man sich halt selber um ich stelle mir das wieso ziemlich langweilig vor tot zu sein alle gehen raus in die sonne spielen und du liegst in der kiste so da sind wir wieder so innocent sind war da 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 ist der mörder oder nicht ich dachte gerade wieder hätte messer anhand gehabt da war der mörder klar war der fehler hier doof rumzustehen aber ich wollte halt echt mal hier runter gucken in der hoffnung was zu sehen aber dann kam er halt von hinten der mörder könnte hier überall sein hier wurde auf mich geschossen der typ der der hat auf mich geschossen das ist ja eine unverschämtheit okay wir haben die runde auf jeden fall überlebt nach die u-bahn ich bin der mörder wo sind die denn bloß alle ja ich weiß dass ich der mörder bin danke aber wenn ihr keine opfer sind dann bringt mir auch nichts mörder zu sein ich bin echt vorsichtig als mörder ich bin sehr diskret sehr diskreter mörder wie man halt so als mörder ist und sein sollte ach was ist denn das aber ich muss sagen es macht schon spaß den mörder zu spielen jetzt bin ich wieder innocent ist ich meine jetzt ist natürlich spannend rauszufinden wer es ist gleich bin ich tot das stimmt der mörder durchs klo rennt auf dem klo raus hier und haben gewonnen und überlebt wasser schmeckt auch nicht mehr aber erstmal sind innocent da da ist der mörder weg der jagt mich und hat mich tot sein das ist langweilig das war's du liegst jetzt genau da wo ich auch liege innocent sind war jetzt gestorben aber es ist denn wer ist es denn vorbei über noch eine runde roll survivor okay ich verstehe das nicht ich finde das auch doof das normale classic double up mörder mystery so ich bin detective ich war noch nie detective so muss der mörder ich darf jetzt nicht drauf gehen ich bin der detective jetzt tot weil ich einen anderen spieler getötet habe you killed innocent player alle sind tot nur der mörder hat überlebt ist das toll erstmal screenshot machen so immerhin haben wir gewonnen schauen wir mal das sieht aber auch nice aus not bad not bad holy macaroni oh da ist der mörder ach du scheiße nichts wie weg das war wohl nix der ist hinter mir her gerannt hat mich abgemurkst auch nee die u-bahn oder was zumindest irgendeine unschöne map also ich lege wirklich wie ihr gemerkt habt sehr viel wert auf die map ich möchte bitte an einer schönen umgebung umgebracht werden ist das zu viel verlangt auch leute denen ist das vollkommen egal wie die map aussieht wie die skins aussehen wie wer die leute sind wollte einfach nur rumlaufen töten überleben ja das ist der mörder habe ich nicht gesehen wer draufgegangen ist der mörder er hat zwar die der ist der mörder menschen auch was war das denn da knallt aber ordentlich es ist nicht einfach nur ein spiel man ist dann ein mörder das muss man sich mal bewusst machen und als detektiv genauso man ist ein detektiv man hat dann einfach eine garantenstellung gegenüber den anderen spielern was machen die da geht es dem noch ganz gut fremdes eigentum also ich habe das gefühl die nehmen das alle nicht richtig ernst dieses arme holzdings hier kann man auch mal in ruhe lassen oh ich bin der mörder ich habe es irgendwie geahnt sterbt ich töte euch oder auch nicht nein das ist so mega ärgerlich vor allem was ist das denn da ist eine öffnung ich dachte da kommt jetzt eine treppe und dann ist sie einfach die map vorbei also ich meine die ging ja noch weiter auf der anderen seite aber dann ist da zwischendurch erstmal ein abgrund wer denkt sich sowas aus der also den möchte ich ja mal sprechen den würde ich gerne persönlich kennenlernen und wir meine meinung geigen ich kann mir jetzt nicht so vorstellen detektiv zu sein eine western map ach schön warm hier gefällt es mir hier bleibe ich ah da ist er der mörder könnte hier überall sein ja und zwar da der mörder ja perfekt hat es nicht besser verdient ha da liegst du das hast du davon dass du menschen umgebracht hast oh ich bin der mörder zack woher wusstet der dass ich der mörder bin oder schießt der auf jeden ach guck mal für die letzte epische runde haben wir nochmal meine lieblings map das trifft sich gut und jetzt werde ich auch noch detektiv und dann ist das eine ganz special league special runde guck ich sag's doch hallo ich beschütze dich ich bin detektiv detektiv mein name warte doch ich habe ein paar fragen hast du vielleicht den mörder gesehen kannst du mir beschreiben hau doch nicht ab ich tue dir doch nix ich bin der detektiv ich werde es schaffen den mörder zu erledigen der mörder könnte hier überall sein wie ein toller detektiv ich kann nicht meine einwohner meldeamtsabfrage machen hallo geht ja mal weg leute das ist ein tatort hallo auch mal das ist ein tatort versteht ihr das denn nicht ach ist das nervig das ist ein mord geschehen und zwar von dem da er hat mich getötet aber ich habe ja gesagt ich finde den mörder naja gut bevor er unheil anrichtet ist das konnte ich jetzt nicht so halten das versprechen aber habe ich nie auch gesagt dass ich ihn finde bevor er mich findet ja tut mir leid leute ich habe mein bestes getan zu lebzeiten habe ich euch so gut es geht beschützt ich habe den mörder gesucht ich habe den tatort versucht zu sichern das ist doch schon mal was jetzt bin ich tot ich habe mich für euch geopfert hallo seid mal nicht so undankbar der mörder könnte überall sein 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 Amen.